Hey Leute, guckt euch mein Zimmer mal an. Es sieht aus wie eine Scheiße. Aber ich gehe gleich zum Geburtstag und ja, ich hatte noch nicht mal Geschenk, Leute. Ich musste gerade noch schnell zu Rossmann, schnell Sachen kaufen. Leute, ratet mal, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Ne, ihr wollt gar nicht raten. 45 Euro, Leute. 45 Euro. Und ihr denkt so, ja, 45 Euro für die Freundin. Nö, 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 nö. Mehr als die Hälfte habe ich mir Sachen gekauft, ne. Ich weiß gar nicht mal, was ich mir gekauft habe. Auf jeden Fall. Was, hab ich, hab ich dumm oder was? Fruchtquatsch, hab ich, nenn man das so? Ja, ich glaube schon. Das habe ich mir auf jeden Fall gekauft. Das schmeckt richtig geil. Schule heute war Chilo Mello. Ich bin sogar fast eingeschlafen. Aber egal. Ja, auf jeden Fall gehe ich gleich zum Geburtstag. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Wochenende. Denn, ich sage euch ehrlich, das geht viel zu schnell um. Morgen ist wieder Montag und darauf habe ich gar keinen Bock. Und ja, ich snacke gleich Reezes. Ach ja, und wenn ihr wollt, ich hatte so eine Idee, dass wir jetzt immer so Girls Talk mäßig machen. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, so einfach Themen und so, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und dann können wir immer so ein Format machen, wo wir zusammen reden. Und dann können wir so ein Format machen.